Hallo, wie geht's Ihnen? Heute zeige ich Ihnen die Fehler, die die Anfänger in der deutschen Sprache machen. Bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht zu abonnieren und lassen Sie für mich einen Daumen nach oben. Salut tout le monde, ich hoffe, dass Sie alle gut sind. Heute, ich will Ihnen die Erreurs, die die débutanten in der Deutsch-Allemande machen. Avant de commencer cette Video, n'oubliez pas de vous abonner und de me laisser un pouce bleu. Ich werde Ihnen die Erreurs auf die die Erreurs-Allemande machen. Die erste ist der Grund, die die Erreurs-Allemande in der französischen Sprache zu wollen. Ich habe viele Menschen, da sind wir die Erreurs-Allemande, aber wir sagen, die Erreurs-Allemande, die wir in der französischen Sprache sprechen. Es ist falsch. Es ist kein Problem. Wie in der Almanie, muss man die Klampe komplett und zwar, dass wir nicht die Klampe komplett Dann gibt es die Veränderung, vor allem in der Übersetzung. Die Klampe perfekt. Die Klampe perfekt ist der Klampe mit dem Sein in Präsenz plus Partizip 2. Zum Beispiel Esen hat gegen esen Hier gibt es einige die Leute, die sagen, was sie sagen? Er hat und die sagen, esen, die in die Infinitiv sind Sie sagen, es sind nicht die Auxilien. Das heißt, das ist der Verbe. Sie sagen, es sind die Partizip 2 Z Sie sagen, es sind die Zukunft. Verden in Präsenz plus Infinitiv am Ende Am Ende, d'accord? Er wird Kaufen Sie sagen, er wird Achter Aber es geht nicht, was er wird Eine Sache oder eine Eine Sache, das ist wichtig. Er wird Sie sagen, es wird Sie sagen, es ist die Partizip 2 Und hier normalerweise Der Verbe Infinitiv Und das ist es, die andere Er wird Sie sagen, es ist das Sie haben und die Verbe. Sie können es diese Art und die Anfragen. Eine andere Sache, es ist der Verbe. Die Frage ist, wenn es ZEIN IMPREDIREITUM PLUS PARTY TIP 2 BAIJPIL ZE HATTE GFAIED Hedhiya l-mithel Uwuma ikiya galtu Wallah jnathen ikunan a galtu ZE HATTE Ui khalilik heda PARTY TIP 2 Meiktibhulik Kena galtu a wahd uhra Wallah yiktiblik ZE Ui khalilik HATTE Wallah zeyn sa depon meiktibhash Ui khalilik PARTY TIP 2 Dakor Kain heda li nesb zaf Kain hendham un moushkel fih Le huwa passif perfect Heda passif perfect Mechimha l-mouda l-verben Heda l-jur Le premier genre Lijij maha l-verbe régulier Ou l-verbe irregulier Bon, al-qaida wuj dhugul ZEIN IMPRESENZ PLUS PARTY TIP 2 PLUS VODEN Baishpil Er r-reparirte das auto Il summa Il r-repar la voiture Il-qaida wuj dhugul Ntabku l-qaida Alihseb la conjugaison Mechimha l-jur Dira mi insyaoha C'est ke Leizem t'hotou Le su Le Komplemen d'obje Ywili suje Ou le suje Ywili un Komplemen d'obje Hena Er r-reparirte das auto Das auto Ist fondem Sadepon Qadrin Jgulu Fondem Ou la Durch Bissah Bish matagaltoj Ntou ma fil Bak Ou la fil Eczaman Tiakom Mihna Adiru Fondem Ou la fondem Ou la sadepon Mihna l-qaida R-reparirte das auto Mihna Nes Ki ta Gadrin Yagaltoj Ma Yyaksoj L-faail Wum Mifjul Bih Yykhalli Wlu Suje Fibblastu Wum Mifjul Bih Fibblastu Yykemla L-qaida Bong Adik Rai Yagaltoj Wala Haja Wajda Ukhra Yinsaw Bally Fond Rahi Plus Datif Yisama Ert Wally Im Mashi In Kaini Li Ychot Ha In Wala Ychot L-qaida Hedho Li Mekun Yish Yagarfu Bally Fond Rahi Plus Datif Wala Mekun Yagarfu Basku Mwamsh Haf Dhe L-qaida Mekun Dhatif Dha Kainna Ders Wahda Okher Moodal Verben Moodal Verben Hedho Kainin Sita Kul Wahda Rindu Bidoytong Ta'u Isma Ma Ma Ani Ta'u L-qaida Dha Zubyekt Plus Moodal Verben Konjugert Sa Dépend Ala Le Verben Lira Konjug Fala Presence Gribu Hedha Presence Wala Sa Dépend Ani Dere Tirkum De Vidyo Fil Youtube Al Duros Hedho Ani Chot Al Koum L-lien Fil Les Informations D'accord Plus Moodal Verben Konjugert Plus Verben Am N2 In Infinitif Hena L-verb Le Verben Sa Kida Arfou Wish Ma Natha Wine Hel Ma Na Lira Hedjif La Fkaz Hedhi Istamlou Moodal Verben Le Rau Y Khandem F Le Kontakst Hedha W Konjug Hedha Hum Baada L-verb Txal Afkaz Li Khen Hena Mora Suje Khali Waha Alafan Waha Konjug Dacord Madel Kom Exzampl Normal Mish mag Muzik Høren Khenin Nes Buzzaf Yagalto Yiketibu Lek Ish mag Muzik Wih Khali Høren Mek Txal Hul Khenin Buzzaf Akhtak Waha Duk Mada Bik Khm Li Rau Yiketib Ksh Makh Khatak Wala Li Ma Yagrab Sh Haja Yiketib Ha Fli kommenter Bash Khmel Tttttttttttttttttttttttttttttm Tschüss, bis zum nächsten Video.